Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AIM-Production-Kanal. In diesem Video möchte ich dir drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du in deinem Bild für mehr Tiefenunschärfe sorgen kannst. Du siehst es hier bei mir, ich bin in der Schärfe, das Sofa, die Pflanze im Hintergrund ist leicht unscharf. Und damit sorgen wir dafür, dass wir den Zuschauer so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Wir sagen ihm, auf was er sich gerade konzentrieren soll und der Hintergrund ist so ein bisschen das Setting, so ein bisschen der Background, aber wir sagen ihm, nimm ihn so ein bisschen mit an die Hand, darauf sollst du dich gerade konzentrieren, da ist gerade die Handlung. Und das kennen wir auch aus dem Kino und dementsprechend wirkt es auf uns sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr, ja, cinematisch, wenn wir Videos haben, die eben eine hohe Tiefenunschärfe haben. Und dafür möchte ich dir jetzt drei Tipps geben, wie du mit deiner Kamera für mehr Tiefenunschärfe sorgen kannst. Und Tipp Nummer eins ist auf jegliche Kamera anzuwenden, sogar Smartphone-Kameras. Aber dafür brauche ich jetzt mal ein paar Utensilien, um dir das wirklich gut erklären zu können. Und zwar spielen wir bei Tipp Nummer eins mit den unterschiedlichen Abständen. Wir minimieren den Abstand zwischen der Kamera und dem Objekt oder dem Subjekt, was scharf sein soll und maximieren den Abstand zwischen dem Objekt oder Subjekt, was scharf sein soll und dem Hintergrund. Und dementsprechend sorgen wir für einen möglichst unscharfen Hintergrund und damit setzen wir das Objekt oder Subjekt, was hier eben in der Schärfe sein soll, möglichst gut vom Hintergrund ab. Tipp Nummer zwei funktioniert nicht mehr mit Smartphones, aber mit Camcorder oder DSLR. Und zwar sorgst du dafür, dass du maximal reinzoomst und damit hast du auch einen möglichst unscharfen Hintergrund. Das heißt, wenn du ein Objektiv hast, zum Beispiel von 18 bis 55 mm, gehst du auf die 55 mm, um eine maximale Hintergrundunschärfe hinzubekommen. Tipp Nummer drei ist, möglichst hohe Blendenöffnung sozusagen zu haben. Das heißt, du sorgst dafür, dass es eine möglichst geringe Blendenzahl ist. Wenn dein Objektiv, kannst du ja mal drauf gucken, zum Beispiel eine maximale Blendenöffnung von Blende 4 zum Beispiel hat, F4, dann stellst du dein Objektiv auf 4 ein und dementsprechend kannst du dich auch daran erinnern, wenn du jetzt ein neues Objektiv haben willst und dementsprechend für ein Objektiv mit möglichst viel Tiefenunschärfe, dann kannst du dir ein Objektiv aussuchen, was sozusagen Tipp 3 mit Tipp 2 kombiniert. Das heißt, du sorgst zum Beispiel dafür, dass du ein Objektiv hast mit 85 mm, aber einer möglichst großen Offenblende, das heißt irgendwie von 1,8 oder 1,4. Und dementsprechend hast du mit diesem Objektiv auch einen möglichst, ja, unscharfen Hintergrund. Aber wichtig dabei ist, gerade wenn du bei Tageslicht und so filmst, wenn viel Licht reinfällt, dass du die Blenden nicht zumachen musst, weil es sonst überbelichten würde, dass du noch einen ND-Filter benutzt. Und ein ND-Filter ist sowas in der Art wie, ja, eine Sonnenbrille für deine Kamera, würde ich es mal benennen. Und dementsprechend hast du hier die Möglichkeit, richtig zu belichten, auch wenn du deine Blende sozusagen maximal aufmachst und maximal viel Licht ins Objektiv reinlässt. Das waren meine drei Tipps für mehr Tiefenunschärfe. Ich hoffe, dir hat es weitergeholfen. Gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere hier den YouTube-Channel für weitere Videos zum Thema Videoproduktion. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!